Außerhalb der regulären Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für die ambulante Versorgung der Patienten zuständig. Unerwartet hohes Fieber, eine Magenverstimmung, aber die Arztpraxis hat zu, weil es Wochenende oder Abends ist, dann übernimmt der Bereitschaftsdienst, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Bereitschaftsdienst ist dafür da, ärztliche Versorgung zur Verfügung zu stellen, jenseits der Notfallversorgung, wenn die Hausarztpraxis oder die Facharztpraxis bereits geschlossen ist und trotzdem eine Gesundheitsstörung vorliegt, mit der man nicht bis zur nächsten Öffnungszeit warten kann. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreicht man kostenfrei unter der Rufnummer 116 117. Im Gegensatz zu anderen Notrufnummern ist diese Nummer aber noch nicht so bekannt. Das wollen die kassenärztlichen Vereinigungen ändern. Doch wie erreicht man viele Menschen? Na klar, im Radio. Deshalb hat die KV Rheinland-Pfalz einen Radiospot produziert. Kleiner Aufwand, große Wirkung, denn gesprochen wird dieser Spot von Mitarbeitern. Wie siehst du aus? Du musst zum Doktor. Wir möchten mit dieser Nummer 116 117 eine flächendeckende Erreichbarkeit über das ganze Land und auch über die ganze Bundesrepublik herstellen, sodass man immer einen Arzt zur Verfügung hat, wenn man einen braucht. 116 117, da ruf ich an. 126 128, da ruf ich an. 179 00.